Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal Alpha Heizsysteme und zwar mit dem Gaming Rechner Expert Intel i5-13600KF RTX 3080 für 1.959 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK-Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal usw. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellung, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz vorweg, das System wurde mir vorgeschlagen von SlideCurry, der schreibt selber, habe von dem Anbieter noch nie etwas gehört und hat dieses System hier reingepostet und das schauen wir uns jetzt mal an. Also erstmal ist es natürlich lustig, dass ein Anbieter für Fußbodenheizung und Infrarotheizkörper halt auch Computersysteme anbietet. Ich hoffe, die heizen nicht, aber wir werden es sehen. Kommen wir zuerst zu dem Bild. Das Bild, das stimmt soweit, also es ist halt nur das Gehäusebild. Das ist das 500FX von BeQuiet. Kommen wir auch direkt dazu. BeQuiet PureBase 500FX als Gehäuse. Ich weiß, das ist bei uns in der Community sehr beliebt. Ich mag es designtechnisch nicht so, aber es hat RGB. Es sind schon 320 mm Lüfter in der Front vorinstalliert, die diesen RGB-Ring haben. Dann noch einmal 140 mm im Heck, der auch diesen RGB-Ring hat. Habt ihr hier noch diesen Streifen. Technisch gesehen ist das Gehäuse okay. Es hat eine Mesh-Front-Kabelmanagement. Ich hatte es auch schon hier ab drin gebaut. Das ist schon in Ordnung. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man da jetzt eine 360er-Wasserkühlung reinbaut, dass die Grafikkarte nicht zu lang ist. Achtet da bitte ein bisschen hier auf diese technischen Daten. Wir geben hier nämlich an, 369 mm maximale Länge. Wenn ihr jetzt vorne eine Wasserkühlung einbaut mit dem Radiator, dann werden da euch locker noch so 50 mm abgezogen. Achtet wirklich darauf, dass die Grafikkarte dann nicht zu lang ist, falls ihr vorhabt, da irgendwie eine 360er reinzuschmeißen. Ansonsten ist das Gehäuse völlig okay. Und das kostet 130,89 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte Z96 Gaming X DDR4. Das habe ich selber hier liegen. Da habe ich immer meinen 12700K drauf betrieben. Wenn ihr da ein BIOS-Update macht, könnt ihr auch die 13. Generation von Intel ganz locker darauf betreiben. Das hat gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke. Hier kommt die Haupt-SSD rein, wenn man so möchte. Hier könnt ihr noch drei weitere SSDs erweitern. Hier kommt die Grafikkarte rein und die beiden Slots hier unten könnt ihr für eine Capture-Karte oder eine WLAN-Karte oder so nehmen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir TOS-Link, Mikrofon und Line-Out, also Kopfhörer- oder Boxenanschluss, wenn ihr irgendwie so PC-Lautsprecher oder so habt. Netzwerkanschluss, 3x USB 3.0, USB-Typ C ist mit am Start, 2x USB 3.1, 4x USB 2.0 und dann habt ihr noch Display-Port und HDMI, sofern ihr denn einen Prozessor habt, der eine integrierte Grafikeinheit hat. Aber benutzt wirklich immer die Anschlüsse von eurer Grafikkarte. Ganz, ganz wichtig. Das ist ein grundsolides Board. Das ist auch jetzt nichts Billiges. Es hat auch die gekühlten Spannungswandler und die ganzen Erweiterungsmöglichkeiten. Das ist schon in Ordnung. Wie gesagt, ich habe es auch selber hier. Damit kann man auch auf jeden Fall ein paar Benchmarks machen. Z96-Chipsatz lädt ja ein bisschen zum Übertakten ein. Das passt schon soweit. Und das kostet 202,79€ bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein Intel i5-13600KF. Der hat 14 Kerne, 6 Performance- und 8 Efficiency-Kerne bzw. 20 Threads, also 12 Performance-Threads und 8 Efficiency-Kerne. Das ist ein Top-Prozessor. Den habe ich selber als K-Variante. Hier ist es der KF. Der bringt also sowieso keine integrierte Grafikeinheit mit. Deswegen könnt ihr die Anschlüsse auf dem Mainboard, also Display-Port und HDMI, sowieso nicht benutzen. Der Prozessor reicht ganz locker aus fürs Streamen, fürs Zocken, alles was ihr so damit machen wollt. Ich rendere selbst meine Videos damit, von daher das passt schon soweit. Der hat eine TDP von 125 Watt, kann sich allerdings im Turbo auch 181 Watt reinschrauben. Dass wir hier einen K-Prozessor haben, bedeutet einfach nur, dass ihr den auch übertakten könnt. Dann frisst der auch über 200 Watt, wenn er das möchte. Und der unterstützt offiziell DDR5 5600 MTS oder DDR4 3200 MTS. Wie immer könnt ihr schneller betreiben. Bei DDR5 ganz locker 6800, so betreibe ich den nämlich. Und DDR4 4.000 MTS geht auch ganz locker. Ist die aktuelle Generation, kann man nicht meckern. Ein Gamer braucht auch nicht mehr. Ein 13 7er wäre schon wieder zu stark gewesen. Und der kostet 309,17 Euro bei MineFactory. Kühler, BeQuiet PureLoop 2FX 280mm. Das haben die jetzt natürlich so ein bisschen ans Gehäuse abgestimmt, weil oben kann eben eine 280mm Wasserkühlung verbaut werden. In dem Fall ist es eben auch von BeQuiet mit den gleichen Lüftern. Das bedeutet, ihr habt ein stimmiges System, was die RGB-Optik angeht. Eine 280er Wasserkühlung reicht für den Prozessor auch. Sofern ihr jetzt nicht übelst krass übertaktet und dem ständig Dauerlast gibt, ist die völlig okay. Die ist auch einigermaßen leise. Ich weiß, einige beschweren sich immer über die Pumpengeräusche. Es gibt bessere Wasserkühlung, aber hier in das System passt die eigentlich ganz gut rein. Und die kostet 125,88 Euro bei MineFactory. Der Arbeitsspeicher ist Corsa Vengeance RGB Pro SL, 32 GB, 3600 MHz schwarz. Erstmal 32 GB erwarte ich auch in einem fast 2.000 Euro System. 3600 MTS sind super. Kann man überhaupt nicht meckern. Natürlich geht dann noch mehr. Aber sie nehmen zumindest schon mal mehr als das, was Intel angeht. Dann haben wir hier die SL-Variante. Es gibt ja den normalen Vengeance RGB Pro. Der ist ein bisschen größer. Die SL ist ein bisschen kleiner. Das ist ganz einfach. Technisch unterscheiden die sich auch nicht. Macht euch da keine Gedanken. Aber so in das System passt das auch ganz gut rein. Wir sind jetzt hier im Bereich von fast 2.000 Euro immer noch bei DDR4. Ich hatte eine Umfrage auf meinem Kanal gemacht. Systeme bis zu 1.500 Euro beziehungsweise 1.500 Euro System. DDR4 oder DDR5. Das war ein bisschen gespalten. Aber DDR4 hat da immer noch gewonnen. Viele haben aber auch gesagt, gerade bei 2.000 Euro wollen sie schon DDR5 haben. Das überlasse ich jetzt euch, ob das für euch okay ist. Funktionieren tut die ganze Nummer. Und der kostet 89,06 Euro bei MineFactory. Die Grafikkarte ist eine RTX 3080. Hersteller und Modell je nach Verfügbarkeit. Jetzt haben wir hier auch so ein Thema. Ich habe natürlich wie immer die günstigste genommen. Das ist jetzt die Manly als 10 GB Variante. Die gibt's nämlich auch noch mit 12 GB. Jetzt wissen wir hier nicht, was wir bekommen. Da die ja theoretisch reinwandern kann, weil sie sehr wahrscheinlich die günstigste Grafikkarte immer einkaufen. Nehme ich die jetzt mit 10 GB. Das ist nur insofern wichtig, dass dieses System halt auch für WQHD und 4K Gaming angepriesen wird. Das stimmt auch soweit. Das kann man machen. Man wird aber irgendwann limitiert anhand des VRAMs. Wenn ihr jetzt 4K spielt, müsst ihr dann in einigen Spielen, vor allen Dingen Hogwarts Legacy, ja ich weiß, ich sage es immer wieder, aber es ist einfach so, müsst ihr die Details runterstellen. Ansonsten findet ihr den FPS Test unten in der Videobeschreibung. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass sie hier eine 3080 nehmen. Man bekommt für fast das gleiche Geld eine 4070 Ti. Man muss, glaube ich, noch 120 Euro oder so drauflegen. Und die kostet 728,99 Euro bei Octo24. Die Festplatte ist eine Kingston NV2 M.2 NVMe 2 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2800 MB die Sekunde. Die ist okay. Es gibt bessere SSDs. Ganz klare Sache. Aber für einen normalen Gamer reicht die eigentlich völlig aus. 2 TB finde ich auch völlig okay bei so einem System. Passt super. 2000 Euro, 2 TB kann man machen. Wenn ich mir jetzt selber einen PC bauen würde, würde ich wahrscheinlich eine andere SSD nehmen, aber die ist schon okay. Und die kostet 79,80 Euro bei mein Factory. Das Netzteil ist ein Bequiet Straight Power 11 Gold 850 Watt. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Jetzt könnte man natürlich darüber sprechen. ATX 2.4, das ist ja noch der ältere Standard. ATX 3.0 wäre schöner gewesen, gerade wenn man vielleicht noch irgendwann eine aktuellere Grafikkarte verbauen will von Nvidia, die haben ja diesen kleinen neuen Stromstecker. Nichtsdestotrotz passt das hier natürlich rein, weil die 3080 hat diese neuen Stecker noch nicht. 850 Watt ist auch völlig ausreichend für das System, qualitativ auch gut gewählt. Kann ich jetzt eigentlich auch nicht großartig meckern. Und das kostet 134,99 Euro bei eBay über Saturn. Service, zwei Jahre Garantie, Retourenschein und Reklamationsfall. Das haben sie 1 zu 1 von Nubaro kopiert diesen Text. Ist aber jetzt auch nicht schlimm. Leider kein Pickup und Return. Das heißt, wenn was mit der Kiste ist, müsst ihr es selber zur Post bringen. Der Postbote nimmt das nicht mit. Es sei denn, ihr trefft ihn an der Tür. Das Label kriegt ihr kostenlos. Aber ihr müsst das Ding halt irgendwie zur Post schaffen oder den Postboten in die Hand drücken, wenn er zufällig vor der Haustür steht. Bei Pickup und Return klingeln die bei euch nun das Ding ab. Hier steht auch, dass kein Betriebssystem mit dabei ist. Man kann es da bei der Bestellung hinzufügen. Ja, aber man kann es auch selber installieren. Das ist ganz schnell gemacht. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.801,57 Euro. Das System soll kosten. 1.959 Euro. Also von Abzocke kann da nicht die Rede sein. Das ist schon in Ordnung so. Das kann man machen. Das Ding ist halt einfach, ihr wisst nicht, welche Grafikkarte ihr bekommt. Bekommt ihr eine 10GB-Variante, wobei ich davon schwer ausgehe, oder die 12GB-Variante. Konfigurationstechnisch gar nicht mal so schlecht. Ihr bekommt aber für das Geld mittlerweile schon was Besseres. Ich habe mir hier mal den Hardware Deal 2000 da geschnappt. Habe ich eben reingeklickt. Ist schon wieder aktualisiert worden. Perfekt. Der kostet 1.949 Euro. Also ungefähr das, was der andere PC auch kostet. Da bekommen wir den gleichen Prozessor. Wir bekommen eine 360er Wasserkühlung Endorphine Navis. Ja gut, die funktionieren aber beide. Die 280er oder eben die 360er. Die Navis sieht natürlich nicht so fancy aus, wie die von Big White. Die ist aber in Ordnung. Ich hatte das schon als Reviewartikel hier. Das passt. Hier bekommen wir als Mainboard allerdings schon Z790 Chipsatz. Ist jetzt für euch vielleicht egal. Z96, Z97. Ja, von mir aus ist halt aktueller. In dem Fall bekommen wir aber eine 12GB Nvidia RTX 4070 Ti. Beliebiger Hersteller. Ja, ist immer so. Die 4070 Ti ist stärker als die 3080 und hatte eben 12GB. Ich weiß halt nicht, was bei dem anderen System reinwandert. Sie ist auf jeden Fall aktueller. Vor allen Dingen DLSS 3.0 und so. Ist schon eine gute Karte. Auch hier bekommen wir 32GB, 3600MHz Fury Beast RAM. Also bei dem anderen war es Corsa mit RGB-Beleuchtung. Hier ist er halt nicht RGB beleuchtet, hat aber die gleichen technischen Specs. Leider nur eine 1TB Western Digital WD Blue SN570. Die ist qualitativ besser als die Kingston. Ist aber halt nur 1TB. Finde ich ein bisschen schade. Könnt ihr aber nachkonfigurieren. Das Netzteil ist in dem Fall auch ein 850W Netzteil. Allerdings schon ATX 3.0 PCI Express 5. Also der neue Stecker. Klar, hier ist ja auch schon eine neue Grafikkarte drin. Und das Gehäuse. Ja gut, das ist qualitativ auch okay. Das ist Geschmackssache. Da brauche ich nichts zu sagen. Das habe ich auch noch mal durch die Geilzeitsliste gejagt, bevor ich hier irgendwas Falsches erzähle. Also hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1820,54. Und das Teil kostet halt 1.949 Euro. Ein aktuelleres Mainboard, eine aktuelle Grafikkarte, ein aktuelleres Netzteil. Leider nur 1TB Speicher. Ja gut, müsst ihr selber wissen. Aber ihr seht, was in diesem Preissegment mittlerweile geht. Ja, ich weiß, es ist immer noch DDR4. Brauchen wir nicht drüber reden. Wenn ich mir für 2.000 Euro ein System kaufe, packe ich DDR5 rein. Müsst ihr aber selber wissen, die Meinungen waren sehr, ja, durchwachsen. Also ihr müsst wirklich mal gucken im Community-Tab auf meinem Kanal. Da ist diese Umfrage immer noch zu sehen. Aber wenn ich das Geld jetzt locker hätte, würde ich eher den nehmen. Ja, ich baue sowieso selber. Aber nehmt lieber den. Wobei der hier jetzt auch keine Abzocke war. Es ist halt ältere Hardware. Vor allen Dingen, was die Grafikkarte angeht. Und das Mainboard ist halt auch eine Generation zurück, was den Chipsatz angeht. Also grundsätzlich kann ich da jetzt nicht meckern. Ob ich jetzt bei einem Hersteller von Fußbodenheizung und Infrarotheizkörpern ein PC kaufen würde, weiß ich nicht. Hier ist auch PayPal. Also ihr habt Käuferschutz. Das funktioniert schon. Die Dinger werden wohl auch nur auf Anfrage gefertigt. Aber ihr bekommt halt bei Dubaro zumindest was Aktuelleres. Sehr wahrscheinlich hätte Hardware-Rad oder so auch noch ein ähnliches System irgendwo im Angebot. Aber ja, so ist es halt. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däubchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.